Rote Rosen in der ARD, Carla ist nach Sommerpause wieder enttäuscht. Fans von Rote Rosen können aufatmen, denn die Sommerferien sind vorbei. Die ARD-Telenovela in Lüneburg ist von Beginn an voller Spannung. Dortmund, Fans der TV-Serie Rote Rosen mussten lange warten. August. Allerdings enden die Sommerferien am 19. In der Pause kündigte die ARD immer wieder 90 Gänge in der Telenovela an. Unter anderem wird der Star aus Bergritte eine Rolle spielen. ARD-Sendung Rote Rosen, nach den Sommerferien ist Carla zutiefst enttäuscht. Natürlich gibt es immer noch eine Rolle für Veteranen. Das gilt auch für Carla, gespielt von Maria Fox. Dann, wenn die Sommerferien vorbei sind, sind sie vergessen. In Folge 4003 am 19. August um 14.10 Uhr ärgert sie sich über die öffentliche Kritik an Janice. Brigitte Antonius, im Bisswagen. Wilt er jedoch Johannas wahre Absichten versteht, können die beiden ein Friedensabkommen schließen. Eila, Alinda Yamashi, und Elias, Mimeta Ruglu, starten einen Akt der Solidarität. Nachdem eine Mitarbeiterin ins Riekingshotel angegriffen wird, weil sie ihren Partner Mo, Jonas Komato bei, in der Öffentlichkeit geküsst hat. TV News Mehr erfahren Sie auf Ruhr24. Rote Rose der ARD, in Folge 4003 wird Julius erneut abgewiesen. Julius, Jan Sterpelfeld, ist von Mo's Engagement beeindruckt. Wird aber erneut abgewiesen. Denn Mo, dessen Schauspieler Komat P. in einer neuen Folge der ZDF-Serie Friesland die Hauptrolle spielt, glaubt nicht, dass er seine Liebe öffentlich gestehen kann. Ben, Michael Meziani, macht Franka, Birte Walter, weiterhin dafür verantwortlich. Dass sie einen neuen Standort für seine Werkstatt finden muss. Um sich abzulenken, unternimmt er mit Klaas, Sebastian Dehl, und Hendrik, Jerry Quarteng, einen Ausflug und beschädigt dabei versehentlich Frankas städtische Blumenbeete. ARD-Sendung Rote Rosen, folgen Sie uns online in unserer Mediathek Amelie, Lara Isabel Lentink, und Julius sind bestürzt über die bevorstehende Entlassung von Günther, Hermann Dacke. Obwohl sie sich nicht mögen, beschließen die beiden, zusammenzuarbeiten. Sie wollen eine Erklärung abgeben, nachdem ein Hotelangestellter einem homophoben Angriff ausgesetzt war. Das Hotel Dreikünige soll künftig darauf hinweisen, dass es schwulenfreundlich ist. Die nächste Folge der Serie ist bereits unmittelbar nach der Ausstrahlung online zum Anschauen verfügbar. Anschließend wird es für ein Jahr in der ARD-Mediathek gespeichert. Das ist auch interessant.